Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insight zu den aktuellen S04 News. Bei uns auf Schalke ist es ja aktuell nicht langweilig, es gibt doch heute mal wieder sehr viel zu besprechen. Unter anderem blicken wir auf weitere verletzte Spieler und damit einhergehend vielleicht nochmal die Chance für jüngere Talente aus der U23 wie Kaparos oder Van der Slaut. Ansonsten haben wir eben auch die ganz großen Themen heute im Gepäck mit möglicher Abgänge im Winter. Da gibt es wohl eine lange Liste an Spielern, die möglicherweise gehen könnten. Ansonsten gibt es auch News zu Matthias Tillmann, wie er jetzt schon für Schalke arbeitet. Und dann ist da mal wieder das Thema Opposition. Gibt es einen Machtwechsel hin zu Clemens Tönnies und Oliver Hunat? All das und mehr besprechen wir hier und heute bei den aktuellen S04 News. Schaut doch gerne parallel auf Schalke Insight Eclipse vorbei. Auch dort kam gestern ein Video online, kommt heute noch ein weiteres Video online. Und jetzt gehen wir hier auf jeden Fall rein in die aktuellen S04 News. Und wir legen erstmal los mit dem Blick auf den Trainingsplatz. Und dort gab es ja gestern, üblich für Schalke, eher mal schlechte Nachrichten. Denn es war ja schon zuvor klar gewesen, dass Dominik Drexler und Yusuf Kabadaghi zum Start der Trainingswoche nicht dabei sein konnten. Es standen noch MRT-Untersuchungen an und gestern gab es eben auch dann die genaue Diagnose. Und unterm Strich steht, im Kalenderjahr 2023 werden Drexler und Kabadaghi nicht mehr spielen können. Das ist nämlich dann das Ergebnis der jeweiligen MRT-Untersuchungen. Drexler musste ja gegen Düsseldorf nach einer guten halben Stunde verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Er hat sich einen kleinen Muskelfaserriss zugezogen. Kabadaghi wiederum hat ja bereits das Aufwärmen und Verletzungswind abbrechen müssen. Beim 19-Jährigen wurde am Montagnachmittag ebenfalls ein Muskelfaserriss diagnostiziert. Schalke lässt hier auch offen, wann die beiden Spieler wieder ins Training einsteigen können. Klar ist, das hängt logischerweise vom Heilungsverlauf ab. Und noch einmal, die Saisonhälfte oder besser gesagt die Hinrunde, die ist für unsere beiden Mittelfeldspieler auf jeden Fall mal gelaufen. Und damit fehlt uns mit Dominik Drexler die nächste Alternative im Zentralmittelfeld. Auch bedingt durch die Verletzung von Uedraogo hat der Drexler zuletzt umso mehr gespielt. Ich hoffe, dass hier auf jeden Fall dann mal Blendi Idrissi, der meiner Meinung nach gegen Düsseldorf bester Schalker war, endlich mal eine Chance bekommt, sich über mehrere Minuten zeigen zu können. Kabadaghi hat ja unter Karre Gerrard letztlich nur die allzu große Rolle gespielt, weil er eben noch nicht so wirklich seine Position gefunden hat. Trotzdem natürlich bitter, wenn einem dort die nächste Offensivalternative fehlt. Und somit fallen die beiden Spieler auf fünfmal bis Jahresende aus. Und was natürlich dann auch mal wieder ein Thema ist auf Schalke, sind eben diese Muskelverletzungen. Das ist gefühlt unsere einzige Konstante. Das zieht sich auch weiterhin durch die Saison, wie auch schon in der vergangenen Spielzeit. Und es kann auf jeden Fall kein Zufall mehr sein, dass wir so viele Muskelverletzungen haben. Ich hoffe, dass dort der Verein endlich mal was gegen unternimmt. Es wurde ja dort auch sehr viel Thomas Reis vorgeworfen bezüglich zu hartem Training. Aber man sieht ja auch ohne Thomas Reis passieren auf einmal Muskelverletzungen. Beispielsweise fand ich, dass es bei Kabadaghi dazu gar keine Anzeichen gab. Drechsler in seinem Alter, da kann das dann vielleicht mal passieren. Aber vor allem bei einem solchen jungen Spieler wie Kabadaghi ist das dann doch schon eher unüblich. Und deswegen muss hier auf jeden Fall Schalke mal wirklich was unternehmen. Denn so viele Muskelverletzungen, das ist kein Zufall und das kann auch nicht so weitergehen. Klar ist aber natürlich auch, wenn dann solche Spieler verletzungsbedingt ausfallen, wenn Kaderplätze frei werden, ist es auch immer wieder die Chance, vor allem für junge Talente. Und mit Steven van der Sloot und Jimmy Kaparos sind hier aktuell zwei Talente aus unserer U23, sprich aus unserer Regionalliga-Mannschaft, bei den Profis mit dabei. In dieser Woche haben nämlich unsere beiden Defensivspieler im Training teilgenommen und werden auch die nächsten Tage am Training teilnehmen. Und laut der Watz hinterließen beide auch bis hierhin einen positiven Eindruck. Und die Watz hat auch nochmal jetzt darüber philosophiert, inwiefern denn die beiden uns tatsächlich helfen können. Van der Sloot kennt sicherlich umso mehr von euch bedingt durch die Länderspielpause. Da hat er unter Karel Gerrads auch als rechter Schienenspieler bereits eine Chance bekommen. Gerrads hat ihn auch dafür gelobt, für seine defensiven und offensiven Vorzüge. Und ich denke mal, dass wir uns alle einig sind, Van der Sloot könnte man auf jeden Fall mal eine Chance geben im Profikader, um ihn eben dann auch mal als rechten Schienenspieler zu sehen. Zum einen, weil eben dort komplett die Alternative fehlt. Matriciani gegen Düsseldorf mal wieder nicht gut ausgesehen. Cedric Brunner fehlte dort weiterhin, weil er nicht fit genug war, ist auch eigentlich kein rechter Schienenspieler. Und wenn eben dann Van der Sloot nicht gut genug ist, dann ist es so, aber man kann es ja aktuell noch gar nicht so wirklich bewerten. In der U23 ist der 21-jährige Rechtsverteidiger auf jeden Fall ganz klar gesetzt. Er ist Stammspieler, war in allen Spielen von Anfang bis Ende auch mit dabei oder auf jeden Fall immer in der Startelf. Und da lässt in der Regionalliga wirklich einen sehr guten Eindruck. Dessen Trainer Jakob Fimpel hat auch nochmal beschrieben, dass Van der Sloot ein Spieler ist, der unglaublich viel auch an sich arbeitet. Er ist ein super Junge und will sich immer und immer wieder steigern. Und deswegen ist da auf jeden Fall ein gewisses Potenzial vorhanden. Jimmy Kaparos kennen möglicherweise auch schon einige von euch, denn er damals sogar in der Bundesliga unter Dimitrios Gramozis debütiert im Mai 2021. Er durfte dort eine gute Viertelstunde spielen. Er hat in der vergangenen Saison den Schritt gewagt, weg von Schalkes U23 in den Profifußball. Hat dort in der Niederlande gespielt bei Zwolle, aber konnte sich dort nicht so wirklich durchsetzen. Deswegen war bei ihm durchaus auch die Angst da, komplett irgendwie seine Karriere zu knicken. Und ist deswegen auch bewusst zu Schalke zurückgekehrt. Ist wieder komplett in den Rhythmus gekommen und hat sich laut eben auch dann Matthias Schober vor allem in der Zweikampfstärke extrem stabilisiert. Er ist abgezockter geworden, ist ein unglaublich starker Sechser und bringt damit auch eben ein Gesamtpaket mit, was wir eben so im Kader nicht haben. Natürlich muss man jetzt nicht zwingend beide direkt in der Startelf fordern, wobei es für mich bei Van der Slaut wirklich mal ein Versuch wert wäre, aufgrund seiner Position. Aber auch in Kaparos, der geht in der U23 voran, ist auch noch 21 Jahre jung, also auch dort steckt noch ein bisschen Potenzial auf jeden Fall drin. Könnte man auf jeden Fall mal eine Chance geben. Das sind Spieler, die unserem Profi-Team auf jeden Fall helfen können, bedingt durch ihre individuellen Fähigkeiten, durch ihre Position, die sie mitbringen. Und da bin ich mal wirklich gespannt, ob Karel Gerrads nun auch mal Taten folgen lässt nach seinen Worten. Denn er hat ja immer und immer wieder betont, er ist auch ein Trainer, der sehr, sehr gerne junge Spieler spielen lassen möchte. Und spannend wird es natürlich auch im Wintertransferfenster und dort gibt es nun den Bericht darüber, dass vielleicht sogar bis hin zu 10, 11 Spieler Schalke verlassen können. Denn auch in diesem Mitgliederbrief wurde ja noch einmal betont, dass man auf jeden Fall in der Winterpause diese Fehlentwicklungen korrigieren will. Man will bei möglichen Kaderveränderungen sehr entschlossen handeln und unsere Bosse haben ja immer und immer wieder betont, es wird keine Tabus im Transferfenster geben. Auch das sind mal wieder große Worte, wo auf jeden Fall auch noch mal Taten folgen müssten. Und damit natürlich dann auch unsere Bosse glaubwürdig sind und da bin ich auch einer Meinung mit dem Bildartikel, dann muss eben auch mal wirklich was passieren in Sachen Abgänge. Und hier gibt es eine Streichliste von bis zu 11 Spielern. Auf der steht unter anderem Ralf Fährmann, weil er auch in der 2. Liga keine sichere Nummer 1 mehr ist. Marcin Kaminski hat als angeblicher Abwehranführer, diese schlechte Defensive mitzuverantworten, ist auch ein Verkaufskandidat. Ebenso wie Timo Baumgartl, der eher durch Fehler und eine TV-Attacke auf Reis auffiel und nicht wirklich durch sportliche Leistungen. Ibrahima Cissé, der in der 2. Bundesliga nach dem Saisons in Hamburg gar keine Rolle mehr gespielt hat. Thomas Auvian bringt zwar gute Standards, hat aber defensiv große Probleme. Cedric Bonner ist zu verletzungsanfällig, gilt wohl auch als Trainer. Na, nörgler, laut Bildinformation und Ron Schallenberg wird sogar auch genannt auf dieser Liste, weil er einfach floppt. Er hält wohl den Schalke-Stress nicht stand. Niklas Tauer, Leihspieler von Mainz, pendelt zwischen Bank und Tribüne. Paul Seguin gilt als Stinkstiefel, der auch in der Kabine sogar gegen Schalke stänkern soll und natürlich auch sportlich nicht überzeugt. Danny Latza läuft von Verletzung zu Verletzung, ist auch einer, der Trainer durchaus kritisch sieht. Und dann ein Elftername hier auf der Liste ist Sebastian Polter, der aktuell im Sturmzentrum natürlich schon sehr hinten dran ist. und kriegt ordentlich Kohle und kriegt dadurch ja relativ wenig auf den Platz oder kriegt trotzdem wenig auf den Platz. Und deswegen auch Polter hier ein Abgangskandidat. Und hier sind bei diesen elf Namen laut der Bild-Zeitung sowohl Verkäufe, Laien, aber auch Vertragsauflösungen denkbar, um zumindest einige von diesen Spielern im Winter abgeben zu können, um dann eben auch neue, unbelastete Spieler zu Schalke lotsen zu können. Und noch einmal, das ist ein Bericht der Bild-Zeitung, da kann sich jeder seine eigene Meinung darüber bilden, aber ich finde es zumindest mal ganz interessant, auf diese elf Namen einzugehen. Ralf Fährmann sehe ich auch nicht mehr als Nummer 1 bei uns im Kasten, weil da einfach Marius Müller, wenn er wieder fit ist, deutlich stärker agiert. Für mich ist das Problem bei Fährmann sein hohes Gehalt. Wenn man das vielleicht reduzieren könnte, würde ich ihn als Typen, als Nummer 2 auf jeden Fall behalten. Bei Marcin Kaminski ist natürlich eine gewisse Problematik da, weil sich sein Vertrag automatisch verlängert. Die Einsatzzeit ist zwar noch nicht erreicht, könnte aber bald soweit sein. Da aber mit dem Abgang nachzudenken ist logisch und folgerichtig, sehe ich aber nicht im Winter. Baumgartel hat bei Schalke überhaupt nicht funktioniert, da kann ich mir einen Winterabgang vorstellen. Frage wäre hier aber, wer will ihn haben? Also da wäre für mich dann sogar das Thema Vertragsauflösung denkbar, um zumindest sein sicherlich eher hohes Gehalt einzusparen. Bei Cissé bin ich weiter in der Meinung, dem muss man wirklich mal Chancen geben. Was da so ein bisschen für mich das Problem ist, ist seine physische Stärke, die noch nicht so richtig da ist. Also ich glaube, er ist noch nicht fitnessmäßig auf dem Level, wo er im Profifußball sein muss. Vielleicht braucht er dafür aber auch einfach mal mehrere Spiele. Vielleicht kann hier eine Ausleihe erstmal helfen. Bei Thomas Auvian läuft er seinen Vertrag am Saisonende aus. So wie die aktuelle Konstellation ist, glaube ich, dass der auch nicht verlängert wird. Und somit wäre auch für mich hier ein Winterabgang zumindest mal vorstellbar. Natürlich aber auch nicht für viel Geld. Ähnliche Geschichte bei Cedric Brunner, wobei ich bei ihm eher davon ausgehe, dass er zumindest die Saison bei Schalke zu Ende spielt. Ron Schallenberg ist für mich ein sehr interessanter Name auf der Liste. Ich kann mich noch an Diskussionen auch unter uns Fans im Sommer erinnern, die nämlich in eine ähnliche Richtung gehen, wie dieser Bildbericht mit diesem Schalke-Stress. Also auch da haben viele gesagt, ist Ron Schallenberg wirklich ein Typ, der vorne weggehen kann, der ein Anführer im Mittelfeld ist bei einem solchen großen Klub, wenn da Unruhe aufkommt. Stand jetzt ist er das noch nicht. Für mich liegt es aber auch dort weiterhin an einer gewissen taktischen Ausrichtung. Denn Ron Schallenberg ist eben auch einer, der bei Paderborn im Ballbesitzfußball unglaublich gut funktioniert und bei Schalke eben noch nicht so richtig seinen Platz gefunden hat. Das hängt für mich auch so ein bisschen noch damit zusammen. Also ich glaube, wenn man auf Schalke nochmal einen Neuanfang machen würde mit einer anderen Mannschaft sozusagen in der zweiten Bundesliga, vielleicht im nächsten Sommer, dann könnte Schallenberg schon eine wirklich gute Rolle spielen. Gut, Niklas Tauer, da glaube ich sogar, dass Mainz den Leihvertrag auflösen wird, weil die Laie bringt halt Mainz und dem Spieler mal so rein gar nichts. Paul Seguin ist für mich eine ähnliche Geschichte wie Baumgartel. Interessenten wird es auf jeden Fall dort nicht wirklich viele geben. Die kann man vielleicht für sehr wenig Geld abgeben. Es haben viele gesagt, gegen Düsseldorf bessere Leistung sollte eine Chance bekommen. Kann ich durchaus nachvollziehen. Trotzdem für mich Paul Seguin weiterhin nicht überzeugend. Latzer wird auch keinen neuen Verein mehr finden. Vertrag läuft aus, wird glaube ich nicht verlängert. Und Sebastian Polter, da wurde ja grundsätzlich schon mal über den Abgang diskutiert. Gehalt relativ hoch. Laie für mich auf jeden Fall denkbar. Und somit durchaus interessante Namen. Und dann mal gucken, wie viele Schalker tatsächlich im Winter schon die Mannschaft verlassen könnten. Und einer, der ja auch im Winter auf Schalk übernehmen wird, ist Matthias Tillmann. Und somit kommen wir jetzt auch so langsam Richtung Geschichte, Opposition. Matthias Tillmann, die ganzen Personalien rund um Aufsichtsrat und Vorstand. Und Matthias Tillmann war am Samstagabend übrigens auch in Düsseldorf vor Ort. Saß im Stadion bei uns im Zweitligaspiel neben unserem Aufsichtsratsvorsitzenden Axel Hefer. Und ja, war auf jeden Fall dort oftmals laut der WAZ auch in tiefe Gespräche. Also Hefer und Tillmann vertieft. Und da kam auch durchaus dann von der WAZ die Frage auf, Tillmann fängt er erst am 1. Januar offiziell als CEO bei uns auf Schalke an. Ist er jetzt trotzdem schon so ein bisschen bei Schalke mit am Werk? Und das ist auf jeden Fall durchaus so. Denn Matthias Tillmann ist nicht nur bei Spielen von unserer Mannschaft präsent, sondern er hat auch bereits bei uns auf der Geschäftsstelle einen Arbeitsplatz und nimmt auch schon bereits an vielen Projektgesprächen teil und soll sich auch schon bei allen Themen einarbeiten. Unser Mediendirektor, Marc Siegmann, hat das auch nochmal gegenüber der WAZ bestätigt. Es ist richtig, dass Matthias Tillmann bereits regelmäßig auf der Geschäftsstelle ist und zwar so, wie es seine Verpflichtungen bei seinem aktuellen Arbeitgeber zulassen. Denn offiziell ist ja Tillmann noch bis zum 31. Dezember diesen Jahres bei Trivago Finanzchef. Und laut deren Pressemitteilung soll er ja auch das Unternehmen sogar bis zum 31. März 2024 weiter beraten, denn sein Nachfolger dort wiederum beginnt erst am 1. April. Also auch das ist dann meiner Meinung nach mal wieder eine Zusammensetzung, die ein Sinnbild ist von den aktuellen Entscheidungen. Also ob jetzt Matthias Tillmann der richtige Mann ist, um uns anzuführen, um ein CEO auf Schalke zu sein, das will ich jetzt gar nicht zwingend beurteilen. Er soll ja deutlich sichtbarer sein als beispielsweise Bernd Schröder. Es geht vor allem auch darum, in Sachen Sponsoring gute Entscheidungen zu treffen. Trikotsponsor spielt dort eine wirklich große Rolle. Aber wenn man dann eben hört, dass in dieser aktuellen brenzlichen Situation der neue CEO erst am 1. Januar anfängt, ist das schon mal schlecht. Und darüber haben wir ja auch schon ausführlich diskutiert. Und er dann noch parallel bis zum 31. März seine alte Firma beraten muss, weil das vertraglich so festgelegt wurde, ist es auch nochmal so ein Attribut, was meiner Meinung nach einfach kein gutes Signal ist. Trotzdem durchaus interessant zu sehen, dass Tillmann eben so gutes zeitlich möglich ist, bereits auf Schalke vor Ort ist. Und wenn wir dann eben schon über die Personalie Matthias Tillmann reden, dann gibt es auch direkt mal einen neuen Bericht zur Opposition. Denn diese Opposition, über die wir ja schon sehr ausführlich gesprochen haben, die es auch tatsächlich gibt, das ist eben nicht nur ein Bericht der Bild-Zeitung, auch die VATS hat ja bereits gemeldet. Es ist eine Opposition da, die irgendwie probieren könnte, bei Schalke einen Machtwechsel herbeizuführen. Und die Bild bringt dazu nun nochmal ein Update. Und hier ist auf jeden Fall klar geworden, dass zu dem Plan der Opposition tatsächlich auch die Person Oliver Runert gehört. Denn er soll, wenn der Plan aufgeht, eines der neuen Gesichter von Schalke sein. Runert kann übrigens Union Berlin jedes Jahr auf eigenen Wunsch verlassen und ist auf jeden Fall auch durchaus bereit dazu, möglicherweise im Sommer bei Union Berlin aufzuhören. Denn das ist grundsätzlich nicht seine Wahlheimat. Er kommt ja aus Iserlohn, sprich Nähe Gelsenkirchen. Und er weiß eben auch, dass dieser Champions-League-Einzug im vergangenen Sommer mit Union Berlin wohl nie gesteigert werden kann. Runert fühlt sich auch durchaus von dem Interesse geehrt, schreibt in die Bild-Zeitung und ist auch interessiert an diesem Schalke-Posten. Aber er ist sich bewusst, dass er Geld benötigen würde, um Schalke wieder auf Kurs zu bringen. Und da kommt eben dann auch die Geschichte Oliver Runert im Paket mit Clemens Tönnies. Denn Runert steht wohl auch in Kontakt mit Tönnies. Tönnies hat ja kein Hehl daraus gemacht, dass er von den jetzigen Verantwortlichen sehr, sehr wenig hält. Und er wäre wohl bereit, laut der Bild Schalke vor allem wirtschaftlich, sprich finanziell, extrem zu helfen. Und sollte es hier eben dann einen möglichen Machtwechsel geben hin zu Runert und Tönnies, dann würde dieser wohl auch radikal ausfallen. Sprich, Matthias Tillmann beispielsweise, über den man gerade gesprochen hat, gehört klar zum Lager von Axel Hefer. Eine Zusammenarbeit dann wäre auf jeden Fall nicht vorstellbar. Und auch André Hechelmann hätte dann wohl keine Zukunft mehr auf Schalke. Das sind auf jeden Fall die ganzen neuen Informationen. Runert ist auf jeden Fall ein klarer Teil dieses Plans, würde dann womöglich mit Clemens Tönnies zusammenarbeiten. Hechelmann und Tillmann würden dann auf Schalke wohl keine Rolle mehr spielen. Man darf natürlich bei der ganzen Geschichte auch nicht vergessen, dass die Bild-Zeitung Clemens Tönnies sehr nahe steht. Also ich kann mir schon vorstellen, dass dort auch tatsächlich was dran ist. Man will es aber natürlich auch durchaus bewusst genauso streuen. Raphael Brinkert, der wohl auch zumindest mal gehandelt wurde als möglicher CEO und wohl auch Teil der Opposition oder zumindest mal der Pläne sein könnte. Er hat über Schalkes Zukunft Folgendes gegenüber der Sportbild gesagt. Schalke muss wieder ein Klub der Besten werden, der besten Ideen, der besten Köpfe und des besten Netzwerks in Sport und Wirtschaft. Dafür braucht es Geschlossenheit und Brückenbauer. Sprich auch er könnte in Sachen Marketing-Expertise dann eine Rolle bei Schalke einnehmen. Und wir haben ja hier auch schon durchaus ausführlich über die ganze Geschichte Opposition und Co. gesprochen. Ich bleibe dabei, es ist eigentlich gar nicht umsetzbar, dass das passiert. Dafür müsste, wenn überhaupt, der Aufsichtsrat von sich selber zurücktreten. Alles andere ist rechtsmäßig sehr, sehr schwierig überhaupt umsetzen zu können. Und auf der anderen Seite glaube ich, dass die Person Clemens Tönnies Schalke extrem spalten würde. Ich sehe es ja auch hier auf Schalke Inside bei euch in den Kommentaren, die einen sagen, nie mehr Clemens Tönnies. Ist Tönnies mit dabei, dann kann die Opposition keinen Sinn machen. Es gibt aber auch andere, die sagen, wenn es eben dann Clemens Tönnies ist, dann ist es so. Schalke braucht starke Leute, braucht wirtschaftlich starke Leute. Wenn es vor allem dann finanziell geht um Unterstützung von Clemens Tönnies, dann könnte man das machen. Und daran sieht man eben auch, das Thema könnte Schalke schon extrem spalten. Ganz interessant ist, Peter Knebel hat sich gegenüber von Sky mal über diese Opposition geäußert und eben auch beschrieben, wie das auf Schalke selber gesehen wird. Aus der Zentrale raus haben wir jetzt keine Information, dass jetzt irgendetwas Bedeutungsvolleres ansteht als unsere Mitgliederversammlung. Und von dem her ist das ganz nachvollziehbar und klar und eindeutig, dass sich die Menschen sorgen um Schalke, die verschiedensten Leute. Aber dass wir jetzt von einer Opposition gehört hätten oder dass wir jetzt überhaupt dem jetzt so Beachtung schenken können oder müssten, dass uns nicht um das Tägliche kümmern sollten, das ist nicht der Fall. Hat Peter Knebel nochmal zu dieser Opposition gesagt. Also auf Schalke gibt es keine Info darüber, dass da tatsächlich was passieren kann. Für Knebel ist klar, dass sich Menschen Sorgen um Schalke machen, dass man sich vielleicht auch trifft und zusammentun möchte, um irgendwie was zu tun. Das ist für Knebel auch klar, aber für ihn ist das noch sehr, sehr weit weg von dem Begriff Opposition. Aber für Knebel ist eben auch eine Sache klar. Wir müssen uns mit dem Täglichen beschäftigen und insofern kann ich verstehen, dass sich viele Menschen Sorgen machen. Ich hoffe, wir können unseren Teil dazu beitragen, diese Sorgen zu nehmen, weil das können wir nur auf dem Platz, diese Situation stabilisieren. Und damit alles, was danach passiert, wird sich Richtung Mitgliederversammlung orientieren müssen. So auf jeden Fall dann nochmal die Einordnung von Peter Knebel zu diesem ganzen Thema. Und jetzt könnt ihr immer gerne eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Es sind viele News heute mit dabei aus den verschiedensten Themenbereichen. Also schreibt eure Meinung dazu gerne mal unten in die Kommentare. Schaut an Nonsten, wie gesagt, auch gerne auf Schalke Inside Eclipse vorbei. Da gibt es heute noch ein weiteres Video. Morgen auch dann die Vorschau auf unser Spiel gegen Osnabrück. Denn auch die Pressekonferenz mit Karre Gerratz steht ja auf dem Programm. Dann sehen wir uns auch hier im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf. An alle Schalker.